Im nächsten Kampf heißt es wieder MMA, zweimal fünf Minuten in der Gewichtskreise bis 85 Kilo. Dazu kommt an die blauen Ecke von Siamsdor Hamburg, Gerardo Bleden-Attis. Sein Gegner aus der runden Ecke von der 9.30er Darmstadt-Schule, dem der Serkos-Dumor aus Frankfurt, Maximilian Hanke. Sieg frei zur ersten Runde. Ja, gleich dem Nullkick nachheben, wenn er so mit dem Innschenkel kommt. Ne, wenn er mit dem Innschenkel kommt. Härter auflegen, ne, wenn er die Distanz. Härter auflegen. Härter auflegen! Und ein bisschen tiefer. Ja! Sehr schön. Nullkick! Ja, genau. Hände ein bisschen, mach dich locker. Mach dich locker, Kupro, bis zu fest. Lass mich reagieren. Mach dich locker. Mach dich ein bisschen locker. Ja, genau. Anziehen, anziehen, anziehen. 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 Nochmal. Anziehen. Und dann Lokke. Schief! Und loge gegen den! Loge gegen den! Jetzt! Und gleich weiter! Sehr glücklich! Sehr glücklich! Sehr glücklich! Mit dem Schienbein! Guck mal, mit dem Schienbein! Guck mal, die Stelle ist schon da! Das ist schon eine rote Stelle! Das kann man genau sehen! Ja? Mach dich ein bisschen lockerer! Komm mal mit dem Jab! Jetzt! So eine Aktion! Du musst gleich loge gegen den! Er kommt nun mal links! Links kommt der innen Schienbein! Dann musst du gleich logen! Rechts logen! Bleib in der Mitte! Bleib im Center! Bleib im Center! Bleib im Center! Bleib im Center! Hör dir ein bisschen mehr zu! Hör dir ein bisschen mehr zu! Hey! Low Kick! Weiter! 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 Klopo! Der Kicker ist schon durchgebrochen! Ja, von außen! Komm mal von außen! Und Low Kick nach hinten! Low Kick nach hinten! Weiter! Ja! Weiter! Härter! Härter! Ich sollte mal härter einreden müssen! Los! 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 Dort haben alle auch ein bisschen Height softer! Wenn die Suche triffst! Sieben! Weiter! Hunter! Weiter! Man sieht doch schon ein bisschen strenger aus, um die Suche! Weiter jetzt! Ja! Weiter mal! peek alle Zuck mal wie Bisschen mehr! Sehr schön! Stehe nach oben! Sehr gut! Sehr gut! Sehr gut Koco! Getsche! Schlag her! Schlag her Państwo! Und raus da! Aufstehen! Ohne die Hände zu sein. Ist nicht mehr lange, Kuh. 20 Sekunden noch. Weiter, weiter, weiter. 10 Sekunden noch. 10 Sekunden noch. Applaus für beide die Welt. Guck mal, wenn er mit wehnt, Kuh. Bumf! Trau dir ein bisschen mehr zu. Ring frei, 2. Runde. An, Jaddy. Ja, genau das! Und ein bisschen härter rein in den Lockkick. Jetzt ist Distanz. Jad, Lockkick. Jad, Lockkick. Jad, Lockkick. Jad, Lockkick. Härter. Härter rein. Komm, Lockkick. Komm, Lockkick. Äh, Kuh, 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 Kuh. Hey! Jawohl! Weiter, Mars setzen. Weiter, Mars setzen. Das ist schon mal. Super, tut schon weh, das Bein. Tut weh. Guck mal, das Bein tut weh. Der ist in der Mitte der Haken. Gar nix los! 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 Er hat keine Kraft mehr! Steh wieder auf! Steh auf! Und weiter! Mach weiter jetzt! Mach weiter mit den Beinen! Mach weiter! Mach jetzt weiter mit den Beinen! Low kick! Low kick! Wo ist denn der Low kick? Du musst den Schritt machen. Luf! Gucko, verpasst nicht die Chancen. Luf! Weiter jetzt! Das Bein ist durch. Gucko, protestier dich mal. Hör auf dich! Luf! Hör auf dich! Abschluss! Oh! Ein bisschen weiter jetzt! Sehr schön, du musst ihn unter Kontrolle. Das Bein ist durch. Luf! Jetzt, jetzt, jetzt! Hör auf dich! Hör auf dich! Hör auf! Hör auf dich! 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 으hr Sö communication! Applaus Vielen Dank, beide Spieler hier Tja, Karl Richter hat genug gesehen, bricht dieses Duell in der zweiten Runde durch Schneider ab, Sieger durch TKO Geht ihr natürlich in die blaue Ecke Wollte Applaus Ati, geh rein 3 4 5 6 12 15 15 16 17